Die Roboter-Kamera-Kombination ist in wenigen Minuten betriebsbereit. Das Vision-System erkennt jede Schachtel im Raum und kann sie verfolgen. Dank der künstlichen Intelligenz können Form und Abmessungen der Schachtel problemlos variieren und ohne weitere Programmierung erkannt und bestückt werden. Die abzulegenden Produkte werden ebenso identifiziert. Das Tiefenbild der pickbaren Teile wird ausgewertet, die Objekte werden angefahren, aufgenommen und platziert. So kann der Cobot seine Aufgabe erfüllen, ohne mit der Maschine kommunizieren zu müssen. Ist ein Austausch trotzdem erwünscht, ist dies über ein einfaches digitales Signal bis hin zur Einbindung eines OPC UA-Servers möglich. Selbstverständlich können in einer Linie mehrere Roboter parallel arbeiten und somit sehr agile Packstraßen gestaltet werden. Die Anzahl der Stationen ist sehr schnell an kurzfristige Produktionsspitzen anpassbar. Es ist möglich, Formate völlig flexibel zu fahren. Selbst wenn der Roboter ein Produkt zum ersten Mal sieht, wird es, so es das Werkzeug zulässt, direkt aufgenommen. Das Füllen der Speicher kann durch andere Roboter oder durch ein fahrerloses Transportsystem übernommen werden.